Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Baskel. Es ist schön, dass ihr da seid, seid gegrüßt. Ja, es hat mich mal wieder erwischt. Also hier bei meiner Victron-Anlage ist mal wieder was kaputt gegangen. Es ist jetzt nicht so dramatisch, aber als ich heute Morgen runtergekommen bin und wollte mal schauen, habe ich plötzlich festgestellt, dass hier die Displayeinheit spinnt. Die zeigt also jetzt hier hier so Hieroglyphen an. Also die Zeilen sind verrutscht. Ich kann nicht mehr sauber erkennen, was ist jetzt hier oder was steht jetzt hier. Man kann es erahnen. Schön wäre es, wenn jemand in die Kommentare schreibt, ob einer schon so ein ähnliches Problem hatte hier mit dem Display. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Da war ein Niederländer, der hatte tatsächlich genau diese selbe oder diesen selben Fehler, wie ich den jetzt hier habe, auf meiner Displayeinheit. Er sagt da genauso dasselbe wie ich. Also der Laderegler funktioniert einwandfrei. Also da gibt es keinerlei Einschränkungen. Aber wie gesagt, das Display hat sich anscheinend verabschiedet. Das ist jetzt keine große Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn eventuell deswegen jetzt einschicken würde. Aber es ist halt schade, wenn man auf sein Display guckt und da stehen dann halt so unschöne Sachen, die man halt nicht richtig erkennen kann. Ja, schön wäre es natürlich, wenn ihr auch so einen Fehler hattet und könnt mir eventuell die Lösung dazu geben, ob man das vielleicht auch so einfach lösen kann, dass es vielleicht ein loser Stecker war oder ob es tatsächlich das Display ist, das kaputt war und ja, wie ich dann das ausgetauscht hat. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann.